Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Der BVB hat in der laufenden Saison noch 10 Spiele zu absolvieren, in denen es nicht mehr umsonderlich viel zu gehen scheint. Die Teilnahme der Champions League der BVB kaum verspielen können, ein Angriff auf die Bayern an der Spitze ist aber ebenso völlig abwegig. Drum rückt vielerorts eher der Sommer in den Fokus und diskutiert wird dabei natürlich auch über die Position von Marco Rose. Der vordere Saison von Borussia Mönchengladbach verpflichtete Cheftrainer hat es bisher nicht geschafft, Konstanzen die Leistung in seiner Mannschaft zu bekommen. Zudem verantwortete er eine täusche Spielzeit, was die Pokalwettbewerbe angeht, in denen Dortmund in der Champions League und der Europa League ein international zweitklassigen Gegnern scheiterte und im DFB-Pokal buchstäblich an einem Zweitligisten. An eine Veränderung auf den Trainerposten denkt der Klub aber nicht nach, wie Hans-Nachim Watzke nun nochmal klargestellt hat. Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition, erteilt der Geschäftsführer gegenüber der Sportplan der Jobgarantie an den ehemaligen Profi. Laut des Magazins soll Rose in jedem Fall die Chance bekommen, mit einem besseren, zusammengestellten Kader in die neue Saison zu gehen. Sollte der personelle Umbruch wunschgemäß verlaufen, wäre die Erwartungshaltung in den Übungsraten aber natürlich auch eine höhere. Gerade das Abschein in den Pokalwettbewerb müsste sich dann auch deutlich verbessern. Für Rose spreche ich aus der Sicht der Verantwortlichen um Watzke Sportdirektor Michael Zorc und seiner Nachfolger Sebastian Kehl beispielsweise, dass in der Kabine inhaltlich und tonal zumeist richtig liege, auch wenn die Spieler Anweisungen noch zu selten in die Tat umsetzen. Der einzige Bundesliga-Probipflege eine direkte Ansprache, die von der Klubführung als richtige Tonlage betrachtet werde. Auch in der Mannschaft gibt es im Bericht zufolge weiter Rückhalt für den Chefcoach und sein Trainerteam. Abwehrchef Mats Summels und Stammteuter Gregor Kobel sollen sich dabei intern besonders stark für Rose machen, heißt es. Kreis aber natürlich auch, wegen der Präsenz von Cupsieger Edin Terzic, der zum technischen Direktor aufstieg, lassen sich Diskussionen um einen Wechsel auf der Bank nie wirklich ganz vermeiden, solange es beim BVB auch einfach nicht perfekt läuft. Eure Meinung zur Jobgarantie für Marco Rose gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball!